Schönen guten Morgen Stalker. Willkommen zurück am Feuer. Ich habe unseren Kaffee gekocht. Und jetzt geht es weiter. Ich habe gerade schon versucht Gitarre zu spielen. Ich dachte, da werden einfach nur Songs abgespielt. Aber ihr müsst da selber Tonleitern zusammenknüpfen. Eigentlich eine coole Idee. Aber möchte ich mich jetzt nicht mit befassen. Ansonsten habe ich jetzt nichts großartig weiter gemacht. Ich bin zwar ein bisschen rumgelaufen, habe noch ein Hund erschossen. Und ich muss sagen, ich bin echt... Also mir fallen da so Dinge auf. Ich möchte das gar nicht machen, aber hier fehlen so Sachen. Das ist schon eine kleine Katastrophe. Also warum kann ich keine Mutanten ausnehmen? Das stört mich richtig krass. Ich hoffe, das kommt noch, dass es irgendwann heißt, hier komm, ich zeige dir das mal oder so. Aber wenn das nicht drin ist, also weiß ich nicht, was man da entwickelt hat. Da ist dann schon Schluss eigentlich. Es sind auch noch andere kleine Sachen, die ich ganz eigenartig finde. Aber da sprechen wir drüber, wenn die nochmal auf uns stoßen. Jetzt möchte ich erstmal die Hauptquests ein bisschen fortsetzen. Ich möchte mich erstmal kurz hier im Hauptquartier dieser Aufseher umtreiben. Sie, Sir. Sie brauchen Hilfe. Was ist dunkel bei euch? Willst du denn da... Ich hoffe, dass du mit ein bisschen was? Ich hoffe, dass du mit dir helfen kannst. Ich hoffe, dass du mit dir helfen sollst. Aber du musst dir helfen, mir? Ich verstehe, was du mit einem anderen? Ich verstehe, dass du mit mir, was du mitbruchst. Das war ja so? Ich glaube, dass du mit einem anderen Menschen verbruchst. Ich meine Frage zu uns sind, nicht verbruchst. Wenn die sicherheitlichen Verbruchst, dass man ihn gratuliert, kann ihnen in meinem Leben leben, dann kann er los. Wir haben sicherlich gefunden und verletzten einen настоящigen убий. Aber jetzt... Für die Ordnung gibt es auch Marodärer, der verletzt das, was in der Artie liegt. Das kann ich jetzt nicht präsentieren. Und was kann ich machen? Kosser Merzota. Aber für alle Stadtwerke, er ist vor allem Stalker. Und die Stadtwerke von der Malle. Er weiß. Ich weiß nicht, dass ein Stalker, wie du, ihn schnell für uns zu finden. Warum muss ich mich wissen, dass du mich nicht verabschiedst? Wir sind nicht die Tore-Gaussi oder die Bandits. Warte, das Wort zu halten. Ich weiß, dass wir uns in den Kriegern bezeichnen. Aber wir haben uns niemals gewohnt. Mir brauchen die Sensor, die Kose überlegt auf meine Leute. Aber wenn man sich mit dem Kose etwas passiert, dann kann ich nicht sagen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, Stalker. Es ist nicht so, dass du und andere will. Ich glaube, er hat sich gewohnt. Ich möchte jemanden auf den Kopf machen. Es ist einfach so. Ich sage dir, dass ich weiß, dass du unsere Freunde nicht besuchst. Wir haben uns gesagt. Ich sage dir. Ich habe mich gefragt. Ich denke, er ist nicht weit weg, ein Ich möchte aber erst noch kurz mit Papa-Schlumpf sprechen hier. Mit den Strahlungswarnschildern. Aber eigentlich ist hier doch noch... Warum habe ich denn hier keinen Quest-Reiter? Hier. Eine Frage, Chef. Das ist jetzt wichtig. Das möchte ich machen. Schäfe. Also die wollen ihn jetzt schon mal nicht umbringen. Das ist ja cool, aber... Irgendwie weiß ich nicht so richtig. Hier wohnt Chef. Können wir uns immer wieder um seinen Vorgarten kümmern. Ich bin ganz offizieherin gekommen. Ich bin ganz offizieherin. Doch nichts. Okay. Ich werde nicht mit dir, aber nein doch, das machen wir. Nein, wir müssen nicht nachher kommen. Wir haben schon eine Anwendung. Du bist derjenige? Aber ich habe dir gesagt, dass ein Mann mit einem Anwendung. Ich weiß, worauf er die Anwendung ist. Aber mit einer Anwendung der Anwendung, wenn du einen Anwendung hast. Nur wenn du einen Anwendung hast, wenn du einen Anwendung findest. Er war früher nicht sehr ruhig, aber jetzt hat sich die Anwendung. Aber er ist meine Mannschaft. Jakub Neskoyev. Dann helfe ihm, wenn er rauskommt. Aber wenn er nicht rauskommt, dann bringe ich Sensoren, die er erbaut hat. Es kann nicht, dass Warta sie erhalten hat. Wir müssen uns diese Kacke noch etwas rauskriegen. Ah, okay. Also ich muss auf jeden Fall zu ihm. Und dann liegt es halt an mir, wo ich die Sensoren hinschleppe. Na gut, dann geht es jetzt so oder so zu diesem Lagerhaus hier hinten. Bip. Oh, hier liefern Bienen verstrahlten Honig. Oh, hier wird man bestimmt gepikst. Ah, ich hätte schon Bock so ein bisschen auf Ciano Honig. Was ist denn hier los? So sieht die Zone eigentlich aus. So sieht man das eigentlich. Ja? Viel zu bunt. So. Es ist nichts übrig geblieben hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Nee, nee, nee. Was soll denn das jetzt? Warum bleibt ihr alle hier stehen? Oh, hier geht es um Laden. Bude zu hier. Meine Fresse. Jetzt habe ich K gedrückt. Ey, das ist echt eine Katastrophe, ne? Jede Taste außer F gefühlt macht den PDA irgendwie auf. Nee, ich will ein bisschen kramlos werden. Ich habe echt eine Menge Munition gesammelt. Gewehrladung, brauche ich jetzt ja nicht. Oh, bringt immerhin 35k. Ich habe auch eine kaputte Schroflitte verkauft. Das ging auch mit 150. Kann man sich erstmal ein bisschen was zusammenklauben. Das ist hier die Standardpatrone. Was wiegt denn so ein Päckchen? 300 Gramm. Ah ja. Das kann ich hier nur wo raufflanschen. Anfängeranzug, Lederjacke. Ja, man merkt schon, dass es ein bisschen unrund läuft. Wollen wir mal die Sache überschlafen einfach kurz? Vielleicht geht das ja. Ich weiß auch nicht. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich kann keine Zeiten auswählen beim Pennen. Ja, ich kann einfach nur Pennen. Ich kann jetzt nicht sagen, mach einen Powernap oder schlaf den halben Tag. Stimmt immer noch, ey. Ist ja eigentlich jetzt so schlimmer geworden, oder? Du kacke, Alter. Du kacke, Alter. Du wirst ja gar nicht! Du wirst ja gar nicht krust hier im Wald. Wenn du hier ein bisschen raufst. Ah ok cool Jetzt zeigen wir erstmal Antistrahlmedikamente gespritzt Das ist auch gut Das musst du erstmal verstehen Das ist an sich aber eine coole Idee Was ist das? Du bist schon in den Kursen, oder? Ich bin ein guter Havl-Liquid-Kreis. Wir sind dein Liegtiger. Ihr Kleinschweine. Tschick, 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 tschickidiggi. Jetzt muss ich erstmal dringend was naschen. Ah. So, ja, verschwenderisch, unser Freund hier. Ist doch außen, ne? An der Außenwand ist die Anomalie. Nachricht 1 Banditen. Oh. Hier leckeres. Strahlt sich wieder rum. Aber da ist gar nicht so wenig. Oh, ihr hattet aber immer ein Problem. Ach, wenn das wirklich so einfach wäre. Ah, er pumpt hier. Geiler Typ. Ja, in der Zone muss er nochmal frisch sein. Hast du im Moment Zeit? Okay, lass dir, lass du dir Zeit. Ja, okay. Ah, hier ist eine richtige Mannschaft. Ah, okay. Ja, lass uns mal reden, ja? Wie dunster das ist, die haben ja nicht eine Laterne an. Ich glaube, ich bin der, wenn du da bist. Wie? Ja, eigentlich so ruhig nach Kram. Weil halt. Stalkera schuke ich. Kosovo. Zustrichale? Nun, ich bin hier ein. Klickuch und nicht gefragt. Schuganule. Kunde, wo er fiel? Backe? Wir haben hier was? David Kowa. 1,5 hast du den Arsch offen. Ich habe kaum Kohle. Ich kann hier ja deswegen jetzt nicht abballern. Ich kann jetzt nur einfach sagen, gut, dann bin ich hier raus aus dem Business. Warum gibt es die Option nicht? Ich zahle jetzt nicht 1,5. Oh. Ich möchte jetzt auch nicht unnötig neutrale Leute umlegen eigentlich. Okay. Ich zahle. Ich zahle. Dann nehme ich wenigstens noch ein bisschen Futter weg. Was ich auch doof finde, ist, dass es egal ist, wem ich was verkaufe. Also, wenn es jetzt ein Arzt ist und ich gebe ihm Medikits und verwende, bekomme ich da genauso viel, wie beim allgemeinen Händler. Achso, hier waren wir ja gerade. Finde ich auch ein bisschen schade. Das sind so so simple kleine Sachen, wo ich mir denke, das ist ja jetzt kein Hexenwerk eigentlich, ne? Ja, das ist ja auch ein bisschen schade. Aber wenigstens hat der Sturm jetzt aufgehört. Okay, bei der Mühle. Ich habe gerade auch gar keinen Bock, nachts unterwegs zu sein, ne? Mal eine Zusatzpatrone. Jede Mumpel macht das aus. Scheiße. Der verstreite Todesdrecker. Okay, es ist doch nicht nur Wind. Ich finde die Taschenlampe so lächerlich, ne? Ich weiß, das hatte ich schon ein paar Mal angesprochen. Aua. Oh, die hängen da an der Wand. Ist das gut. Was ist das für ein Loch hier? Was ist das für ein Loch? Okay. Ah, jetzt ne Schrohflinte. Die ist irgendwie weg. Ich glaube, Automatik liegt mir nicht so richtig. Was sind die jetzt hin, die Schweinebacken? Boah, ich muss mir erst mal hinsetzen Boah, so ein Rudel ist schon bitter nachts Hier ist er noch Die Leichen verschwinden hier Was die schwänze die immer noch Das war jetzt auch ne Menge Munition Ja Aber das war meine selber schuld Ich übe noch Ich schlack an den Schwänzer der Zone Alter, zieh das doch mal rein Was ist denn das für ein Quatsch, Mann? Schwer, schön und gut, aber Ich muss sie ja nicht für blöd verkaufen lassen, leider So Und damit ist unsere Waffe schon mal komplett verschossen Richtig gut Und ich kann nichts außer, ey, das ist so Das macht mich total irre Du pumpst da einen Arsch von Munition rein Und kannst nicht mal irgendeine Form von Oh Irgendeine Form von Beute Alles, das macht mich echt Das geht mir richtig auf den Sack Gib mir die mal Braucht ein bisschen was zum Rumschrotzen jetzt Ähm Ähm Also ich dachte schon, dass wenn ich mein Inventar aufmache Dass ich dann auch ne Waffe irgendwo entstehen kann Ist vorbei jetzt Darf ich nicht mehr Hab ich verstanden, alles klar Oh, das wäre jetzt wieder geworden hier Klapperdosen Kann man sich erstmal aufstatten bei ihm Ah, da drüben ist noch ein Versteck Die Lecks zwischendurch sind schon bitter So einfach aus dem Nichts Oh, ja Wahnsinn, da sind auch Kisten Was? Ähm Ich bin Kollege Spokane Ich habe die Stur, sehen Sie? Seine Vielleicht Du wartierst du wartierst? Du wachst du hier etwas? Aber nein Ich habe nicht aus dem Und diese Zutaten sehr stolz um die Stalker-Lachmütze zu tragen Du wachst Du wachst Du wachst Das war es, als Stalker zu Stalker. Das war ihr in der Nacht vor dem Stalker? Warum? In der Nacht? Nein. Ich habe schon in der Nacht diese Zwiebeln gefunden. Und ich habe einen Nachmittag. Das war gut, wie ich mich durch diesen Fragmen da hätte. Okay. Ich weiß nicht, mehr Fragen gibt. Wie kannst du mit dem Leben und Tod? Ich weiß. Ich verstehe den Artefakt. Ich habe sofort einen Stalker gesehen. Es ist ein Detektor? Und wie du sagst? Es ist natürlich, es ist. Aber wer weiß, ich habe alles in der Welt gesehen. Ich hoffe, ich habe dich mit dem Sieg. Dann hätte ich das einfacher haben können mit dem Versteck gerade. Okay, na gut. Es gab ein paar Gratisgranaten. Die muss ich auch mehr denken, wenn wir kämpfen. Was war hier gerade noch? Ach, die Lampe. Oh, hier hat es mich erwischt, Alter. Ich habe mich direkt in die Fresse schießen lassen. Aber war ja nicht so schlimm. Wenn mir jetzt Sorgen bereitet ist schon wieder, warum mein Inventar nicht richtig... Oh, ich... Darf ich denn jetzt nicht... Habe ich hier wieder irgendwas falsch gemacht? Da kommt... Das war doch vorher alles in Ordnung. Oh boy. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich würde nämlich gerne die Schrumpflinte ausrüsten. Diese Kiste ist bisher auch nie irgendwas drin gewesen. So, alle Fakt besorgen. Ganz in der Nähe und so. Für den Höhleneingang. So gehen die weit weg. Aber da wird wieder irgendein Kram sein. Irgendein Viech. Einen Viech. Einen Viech. Was ich hier weggemacht habe. Das passt ja. Das ist aus der schwingenden Riemen. Oh, das ist aber dußer, ey. Und... Aus irgendeinem Grund liegt hier Blut. Mhm. Aus irgendeinem Grund gibt es hier auch Feine. Das stört mich auch. Ich kann keine Taste drücken, um drüber zu fahren. Das fand ich übel geil bei den normalen Stalker Mods. Shift drücken oder so. Und dann einfach nur rüber fahren. Über die Items, die du sammeln möchtest. Irre bequem. Ich denke, das kann man heutzutage erwarten, oder? Vor allem, wenn man... Alter! Digga, wo kommen sie denn hier? Und ich darf keine Schrotze wenden. Ist der hinter mir? Spritzt dir den Schuss, Mann! Er macht einfach nichts. Ja, komm. Also... Mal ganz ehrlich, Alter. Das ist ja hier lächerlich. Es kann da hier nicht in jeder Scheißecke zum Anfang schon Blutsauger rumhängen? Und warum darf ich jetzt mein Inventar mir nicht mehr richtig angucken? Ei! Ich bin auf jeden Fall im richtigen Haus anscheinend. Oh, jetzt haben wir hier richtig Performance-Einbrüche. Neuladen war eine gute Idee. Wow! Alter! Ey, was ist hier verfickt nochmal los? Ach, das kann man ausblenden mit E. Natürlich, Leute. Völlig klar. Warum auch immer man das wollen würde. So, ich glaube nicht, dass uns das Ding hilft. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn so an Schadenswerten? Bis... Bis zum Anschlag. Mal gucken. Vielleicht pustet es ihn ja aus den Socken. Okay, schon mal umsonst geflucht wegen dem Inventar. Wir können ja da schon mal eine Anstandsgranate hinwerfen, oder was? Also der Kampf hier ist mega, mega unfair. Weil er auch einfach nicht die Schrupfnitte ausholt. Wow! Mann! Ey, komm mir nicht klar, ne? Das ist so bad, Alter. Aber ich komme einfach nicht mit den Schnelltasten zurecht. Das ist so bad, Alter. Alter, wo ist er denn, Mann? Du sollst dir ne Spritze setzen, Alter. Was? Also sorry, das ist der... Das ist der größte Mühe. Ist das schlecht, Alter? Ich hänge. Boah. Ja, ist in Ordnung. Machen Sie, wie Sie denken, Sir. Boah. Boah. Was? Also sorry, ne. Das sehe ich absolut nicht. Also der stand bestimmt vier, fünf Mal direkt vor der Schrupflinte. Schwer hin oder her, aber das ist Quatsch. Das ist richtiger Müll. Ich hab jetzt fast mein gesamtes Schrot aufgebraucht für einen Blutsauger. Und zehn Medikits gefressen oder so. Eure Decke ist undicht. Auf jeden Fall hat er hier Futter gehabt, der Gute. Hätte hier einer mal was sahniges droppen können, weil die Waffen hat er bestimmt nicht gefressen. Aber wichtig ist erstmal speichern, wo ich mir so eine Scheiße hier nochmal erheben muss. Ich fand den ersten schon krass, aber das war hier gerade nochmal besser. Hier war der Garten Punkt. Es ist ein richtig gutes Versteck so. Oh, hallo. Ein Verbrettungsdienst. So und irgendwas rennt hier noch rum. Kann ich von meiner AK hier das Scope abbauen? Anscheinend nicht. Das sollte ja dann möglich sein, oder? Ne. Cool. Es ist schon komisch, wie er damit reinzoomt. So. Ey, wenn das noch ein Blutsauger ist, dann brich ich das essen. Ey, wenn das noch ein Blutsauger ist, dann brech ich das essen. ich weiß ja nicht schimmig Ja so ein bisschen muss Aber was hat die Peilung auf uns Seroya Banane Oh ja tut mir leid Junge Oh tageslicht Das wäre jetzt ein richtig geiles Erlebnis gewesen Sind das die Banditen die vorhin oben hier Im Dings rum gerannt sind Macht ein Schimmel eigentlich so Chemieschutz Die waren vorhin hier hinter dem Haus irgendwo ne Ich schnapp kurz hier rein Hier rein gucken Ja also wenn die Kämpfe Das hatte ich ja in der ersten Folge schon gesagt Wenn die Kämpfe so ablaufen Dass ich alles was ich habe Da gefühlt rein pumpe Dann sind auch 200 bis 300 Schuss Wenig Munition Keine Frage Und dann muss ich hier auch noch hier im Versteck Ausschau halten Aber ob das der richtige Ansatz ist Wage ich irgendwie zu bezweifeln Also ich habe noch nie sowas Das wäre richtig cool gewesen gerade in der Höhle Hätte ich irgendwie schon echt gefühlt Aber nicht so ne So war das einfach nur lächerlich Was ist das jetzt mit den Boys Ich stecke mir jetzt Ich habe ja die AK Mann Na schon wieder ein Köter hier Den Anzug würde ich mir auch gerne angucken Na ja dann lasse ich mir einfach ne Weile verstrahlen hier Den Verdintenschein weg Ja dann liefern wir noch ein Anefakt ab hier Au Ich will mich jetzt nicht im Po beißen lassen Wo bist du Ratte Oh Junge Ich muss mir erstmal kurz Wodka hinnehmen hier Kaching So lass uns mal reden Klar hier ist ein Schimmel Ja 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 Das da Aber ich habe keine Geld, ich habe keine Geld. Ich habe keine Geld. Ich habe mich verletzt. Es ist so eine Wartige Sache. Ich weiß, was es ist, aber ich kann es gut sein. Geht! Wir sehen uns. Ah! Kommen sie denn her? Ja, du hast mich natürlich erwischt. No, frage. Welch mit dir, du? Das ist doch scheiße, Alter! Nein, nein, nein! Nein! Mann! Fick dich! Das ist wirklich ideal hier, Leute. Hattet ihr gesehen, wie einfach die Treppe hochgespawnt ist? Naja, wir machen jetzt hier erstmal ein Päuschen und dann gucken wir uns mal, wie die Saugfest weitergeht. Ich muss das erstmal kurz verarbeiten. Das sind hier echt viele Sachen. Ich bin echt neutral eingestimmt, ne? Ich habe mich natürlich wie jeder andere großartig gefreut zu Beginn. Aber irgendwie für die Zeit, die da reingeflossen ist, für die Verschiebungen, die da stattgefunden haben, für die Kohle, die man dann letztendlich dafür will, bin ich nicht so richtig überzeugt. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe, aber das sieht gerade nicht so aus. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal mitteilen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stalker 2. Der Interagierungspunkt. Auch das, auch so eine Sache. Ich kann nicht mein Inventar öffnen, ich kann nichts machen. Ich kann wirklich nichts tun, außer hier meine Gitarre zu jammen. Aber sei es drum. Nehmen wir erstmal so hin. Haut rein. Ich habe mich wieder hin. Andere weiteren. Wir fahren so hin.